Am Ostern, wie die eigentlich abgucken waren daheim, wie die reinkommen sind, haben sie Corona gehabt, muss man sich mal vorstellen. Also drittes Stock sind da die Fippen noch, ne? Ja. Ich glaube, die Gabel bringt Kartoffeln. Nach der Woche machen wir Filmaufnahme. Okay. Was machst du? Filmaufnahme. Bin ich im Bild? Ne, ich. Alles wird's besser. Verdammt. 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 Vielen Dank.